Mann, Chris, der neue Battle Pass ist ja urkacke. Ah, Jens, welcher Battle Pass? Naja, der Real-Life-Battle Pass. Eigentlich sollte der irgendetwas bringen. Und? Tut er das nicht? Nein, ganz und gar nicht. Ab Stufe 6 muss man irgendwie in die Schule oder so etwas. Und dieser Buff hört erst ab Stufe 18 wieder auf. Hm. Stufe 16 schaltet man dann irgendwie alkoholfrei. Keine Ahnung, ob ich das schon wieder will. Ja, aber warte, warte, warte. Siehst du, Stufe 20 bis 22 beginnt man dann Geld zu verdienen. Da zahlt sich der Battle Pass doch richtig aus, oder? Ja, aber was mache ich denn damit? Naja, Geld bedeutet, dass du dir zum Beispiel einen besseren PC kaufen kannst. Oh, oh, oh. Und ein besserer PC bedeutet mehr coole Videospiele zum Spielen. Ganz richtig.